moin leute zu der ersten folge von phantasialand quiz ihr leute die meine video schaut hier auf dem phantasialand kanal und ja dies ist eine neue serie wie ihr gemerkt habt wurden die alten quiz folgen umbenannt in phantasialand rätsel weil eigentlich sind es ja nur bilder rätsel und das hier sind jetzt richtige quiz fragen also ja was ist das war das ist entweder in den ruinen von mexico bei den wäldern von colorado mountain oder um den monscheinsee herum ja beantwortet das und ihr bekommt einen punkt und ja das nächste ist wenn diese musik erratet bekommt ihr noch einen punkt am ende könnt ihr gerne in die kommentare schreiben wie viele punkte ihr habt ja wie viel kostet ein crepe mit zimt und zucker das ist schon eine etwas schwierige frage aber während crepe gekauft hat für den müsste die frage was leicht ist da ja und das nächste wäre dann wo ist das das ist auch sehr schwierig sieht ein bisschen nach berlin aus und ja da ist die lösung c wenn ihr das richtig habt bekommt ihr wie schon gesagt einen punkt wenn ihr die musikfrage richtig habt das war der sound von chiapas in der holle hülle mit den totenköpfen bekommt ihr noch einen punkt ein crepe mit zimt und zucker kostet 2,90 euro und ja die sachen sind im phantasialand sehr überteuert egal auf jeden fall ist das wenn man vom mit dem auto zum mystery eingang fährt dann kommt man da vorbei und ja in der nähe ist auch riverquest auf jeden fall das war es von dem video wie gesagt schaut immer meine videos bei mir ist immer etwas los ihr wählt aus ich bin raus daumen hoch oder daumen runter tschüss